Robert Giesby Adamson i.V. ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Karriere Adamson wurde während seiner Schulzeit auf die Schauspielerei aufmerksam. Er besuchte bis 2005 die American Academy of Dramatic Arts. Mit 18 zog er nach Hollywood. Seine ersten Rollen war in den Serien Kult Case Kein Opfer ist je vergessen als Frank und in It's Always Sunny in Philadelphia als 3. Danach war er in dem Horrorfilm Dr. Chopper zu sehen. Bekannt wurde er durch die Rolle des Charles Anthony in der ABC Family Fernsehserie Lincoln Heights in der er von 2007 bis 2009 zu sehen war. Im Jahr 2009 spielte er neben Demi Lovato und Selena Gomez die Rolle des Donny in dem Disney Channel Original Movie Prinzessinnen Schutzprogramm. Danach folgte einen Gastauftritt in der Disney Channel Fernsehserie Sonny Monroe in der Lovato die Hauptrolle spielt. Als nächstes war er in drei Folgen von Jonas L. R. Zu sehen 2012 war er in der Telenovela Hollywood Heights als Phil Sanders zu sehen. Am 24. August 2012 wurde bekannt, dass Adamson die Rolle von Kevin Schmidt in Schatten der Leidenschaft übernehmen wird. Seit dem 1. Oktober 2012 ist er in der Soap als Noah Newman zu sehen. Filmografie 2005 Cold Case Kein Opfer ist je vergessen. 2005 It's Always Sunny in Philadelphia 2007 zu 2009 Lincoln Heights 2009 Prinzessinnen Schutzprogramm 2009 Sonny Monroe 2010 Jonas L. R. 2012 Hollywood Heights Seit 2012 Schatten der Leidenschaft 2013 Star Charts Top Schule Flop Year High School Das Charts locatung those Mongol erschnitt